Wenn mir das Mindset in der Firma drinnen taugt, weil es im Endeffekt die Menschen in der Arbeit drinnen sehen und nicht nur, geht schon, gehen wir Aufträge, fertigen, fertigen, sondern alles ein bisschen lockerer, overlauft und es ist angenehmer. Und jetzt fahren wir aus auf die Baustelle. Die guten Monteure sind auch nicht mehr da draußen, das weiß ich. Unsere Baustellen sind derzeit zwischen Wiener Neustadt und Wien. Auch herausfordernde Projekte lösen wir gemeinsam. Vorwiegend sind wir im Wohnbau aktiv. Bei uns arbeiten alt und jung zusammen, damit sich die Jungen was für die Alten anschauen können. Zu uns wechseln die Leute, was das familiäre Arbeitsklima meint. Als Projektleiter unterstütze ich die Obermonteure. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die neuen Mitarbeiter genug Zeit bekommen, sich eins zu arbeiten. Die Vier-Tage-Woche ist super, ich könnte es mir fast gar nicht mehr ohne vorstellen. Ich arbeite gerne da, weil das Arbeitsklima zwischen Chefitäten und Mitarbeitern einfach super ist und du über alles reden kannst. Ja, man darf frei arbeiten da und man ist wirklich nie unterfordert. Dass die Leistung dazu gehört, ist klar, aber es gehört eh überall dazu. Ja, lässigste Team haben wir. Die Leistung unserer Mitarbeiter wird bei uns wertgeschätzt. Deshalb zahlen wir über den Kollektivvertrag. Sogar Sonderzahlungen sind bei uns gang und gäbe. Ich möchte auch bei uns, ich freue mich auf dich. Ich möchte auch bei uns, ich hoffe auf dich.